Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir spielen weiter mit Remember Me. Es ist ein weiterer Streamstag und ich habe vergessen, wo wir es letztes Mal aufgehört haben. Ich habe keine Ahnung, ich bin ehrlich. Wir fahren mit der Geschichte vor, was mir denn stehen geblieben. Weiß das einer noch außer mir? Ich bin nicht sicher. Eule füttern. Oh Gott, ja, ich musste mich hier mit den Typen... Ja, ich entsinne mich. Ich erinnere mich. Ah, genau. Wir müssen jetzt hier mit den gehirnamputierten Brainless Zombies kämpfen. Da war was. Genau. Bei Eule füttern ist wichtig, dass man Ü macht und kein U, sonst wäre es Eule futtert. Das ist richtig. So, wir kloppen uns mal eine Runde. Oh. Entschuldigung. Ich habe mir vorhin ganz schnell Essen reingerückt. Schau an. Wie eifrig sie die neue Ära der Erleuchtung verhindern will. Sie will, dass wir weiter in unserem düsteren Individualismus leben. Geht, meine Kinder. Teilt meinen Traum mit ihr. Teilt meinen Traum mit ihr. Los, meine Instagram Bitches. Versult sie. Jawohl. Ah, warte mal. Da war er. Ah, der hat ein Schild. Ne, ne, warte mal. Das Schild ist voll scheiße. Ne, 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 ne. Geh mal weg da. Individualismus hat ausgedient. Individualismus hat ausgedient? Meine Mama hat ausgedient. Au. Was seid ihr denn so aggro? So. Jetzt machen wir mal gerade ein bisschen Party-Time. Den Typen hauen wir mal eine. Erlebe die kollektive Kraft. So, wen habe ich denn noch? Euch nur noch. Ich brauche ein bisschen Leben, Mensch. Halt was, stell hier. Ja, ich weiß, ich habe es gerade verstanden, aber das ist mir egal. Wir haben das letzte Mal ja festgestellt, dass wir das ganz gut hinkriegen. Seht ihr? So, Schicht im Schacht. Meine Arbeit ist die Zukunft. Sehr schön. Ich bin die Zukunft. Töte sie nicht. Ich will ihr Gedächtniskosten. Ihr Gedächtniskosten. Warum sind die denn alle so pervers? Super. Guck mal, jetzt kommen die B-Models von vorne. Ich sag gleich allen Hallo, die noch dazugekommen sind, Leute. Ich muss mich gerade eine Runde vielleicht konzentrieren. Warte mal. Richtig, richtig. Kommt mal her. Ich habe eine super Idee, Leute. Oh, ich bin tot. Ups. Oh, nein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Jetzt muss ich bestraft werden. Dies war Charles' Traum. So, Leute. Was habe ich denn hier? Eine Logikbombe. Logikbombe ist super. Na, wie gefällt euch das? Einmal schön hier. Ich verliere Leben an denen. Da war doch was. Töte sie nicht. Ich will ihr Gedächtnis. Ich will ihr Gedächtnis. Scheiß kriegst du. So. Dezent in die... Was? Demenz in die jungen Hand. Was ist denn eigentlich hier? Ihr habt nichts Besonderes. Ihr seid ganz normal. Oh, super. Wenn ich euch... Ach, dann gibt es die nächsten. Dies war Charles' Traum. So, noch einer? Oh, Gott. Ihr Unterstand interessiert dich nicht mehr. Okay, wie mache ich euch denn? Ich will ihr Blut. Ich will ihr Blut. Ich will ihr Blut. Ich will ihr Blut. Alter, einfach die Blut. Logikbombe. Macht's gut, Jungs. Echt, jetzt muss ich die alten Säcke hier erst machen? Ja, gut. Habe jetzt wenig Probleme mit. Ach, die Dicken darf hier nicht anschießen, ne? Da war ja was. Es sieht aber schon ganz krass nach irgendwie dickerem Bosskampf aus. Bitte nicht von vorne. Oh, Gott. Ernsthaft? Okay. Freut euch, Leute. Bei der Endlos Cup Story mit dem Sly heute. Das wird passieren. Aber diesmal mache ich es klüger. So, das reicht. Du bist ein Anachronismus-gedecktes Jägerin. So. Über die Dicken-Görgische Jägerin. So. 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 schadzeit traube ist ausgeträumt ich würde mich jetzt erstmal runter das diesmal die taktik doch moment so mein freund und jetzt gibt es für dich natürlich logik bombe nicht sie den dorsten ist auch nicht okay dann gibt es jetzt für die zukunft so könnte sie nicht doch wir töten sie nicht an euch muss ich jetzt gerade hoch heilen und danach können wir direkt so schön kuscheltal übergeht muss man gerade das leben ausholen hier aus euch ich hoffe dass wir gleich den kampf nach den drei phasen vorbei haben denn warum ich übrigens die ganze zeit den standard hier für mache relativ simpel ich will mein leben hochprügeln ich habe einen schönen standard move mit hilfaktor und der nächste schöneren vorteil ist ich habe ihn nicht nur mit hilfaktor ich habe ihn für mich auch noch so jetzt können wir jetzt nämlich ein bisschen recharge verpacken ein bisschen skill nachlegen und zwar logik bombe ist noch nicht bereit dann gibt es die selbstbezahnung ich lutsche mir nämlich schön ein von hinten aus ganz bewusst ganz bewusst so euch kann ich mich dann jetzt schön ausweichen und den ein fuzi ich habe ausweichen gedrückt individualismus so ja ja ich will den nächsten jetzt aber ruhig will den nächsten noch nur ausknocken ok so jetzt habe ich es jetzt muss ich euch nur zusammen kriegen so und weg gehen einer down und du bist nicht mehr so stark alles klar so während ich bin grad hochgradig konzentriert tut mir gefallen bleibt mal schön sauber dran danach kann ich mich gleich wieder für euch konzentrieren sauber der ist weg so und jetzt du mein schäbiger kleiner freund was mache ich mit dir lucy danke für den host ich lese gleich den chat nach leute du bist ein anachronist weißt du was ich mache die schnellmethode down so ja das ist doch nicht die nächste welle das war schon ganz schön dreckig oh nein ich falle das tut schon weh kann mir mal einer sagen was der handschuh für eine funktion hat wenn nur die beiden finger eingeölt sind also eingeledert bitte löscht dich was gut ok wir haben den dog mal eine runde solide gelöscht hahaha ja ok so was habt ihr denn schönes geschrieben chat das gute an demenz man lernt immer wieder neue leute kennen wow ähm also mal lieber vergessen ein bier zu bezahlen als eins zu verschütten hahaha ähm noch sieben wellen dog wurde gelöscht äh ja ne sieben wellen brauchen wir nicht kann ich also kann ich hier hoch ne kann ich nicht ne ok dann kann ich aber wahrscheinlich jetzt rüber ne ich glaube wir klettern jetzt ne runde krieg hin krieg hin krieg hin und du worüber oh da liegt der dog aber ich glaube sag mal sind das da unten alles kadaversäcke und so 3 hamser vielen lieben dank für den res человека fünfter monat dankeschön so schauen wir uns den dog mal an der sieht ein bisschen gelöscht aus ach ne das ist doch Da liegt mein Bruder, doch da ist der Doc, guck mal, der sieht stark gelöscht aus, auch unten die ganzen Leichensecken von den gelöschten Leuten, der Abo, hast du doch schon längst, was willst du denn jetzt noch der Abo schreit, das könnte ich jetzt kaputt machen, aber ich glaube ich spreche erstmal mit Bad Request, zuckt der noch? Ich glaube ja, außer, oh, Bad, hier ist Nelin, hörst du mich? Wir holen dich hier raus. Quaid, er ist mir aus dem Kopf. Danke. Bitte. Ja. Danke, Gedächtnisjägerin. Danke für das Öffnen der Türen. Johnny Greenteeth. Sie waren nicht nur das Subjekt eines Experiments, oder? Dr. Green? So leer, so wahr. Die Vergangenheit ist ein fremdes Land. Ich sorge dafür, dass jeder erfährt, was dir hier angetan wurde. Der Laser, ein wunderschöner Name. Wir waren Monster, aber wenigstens waren wir frei. Er wollte uns zu seinen Sklaven machen. Quaid ist tot. Es ist vorbei. Alles klar. Danke, Brina. Danke für den Lörg. Code Schwarz. Authentifizierung akzeptiert. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Geil! Jetzt mal ernsthaft, warum sieht der so komisch aus? Jetzt muss ich mich mit dem auch noch prügeln? Ich will das nicht. Okay, Leute. Ey, wir werden so keine Freunde. Ja, nee, ist klar. Ihr seht schon, dass ich kaum Leben habe, oder? Nein. So, hier, guck mal, Logikbombe. Warum? Weil Logikbombe gerade alle auf einer Stelle sind. Sehr schön. Leben prügeln. Alle anderen sind tot. Kurze Frage. Ich hatte hier doch vorhin so lustige Strukturen, oder? Da steht die ganze Zeit Achtung. Was muss ich denn da machen? Ich wette, da muss ich irgendwas machen. Das ist ein schlose Tod. Ich seh dich. Ungenannter Tod. Schatten des Zweifels. Achtung, Bayer Hazard. Ja, Achtung, Bayer Hazard ist aber eine geile Ansage. Okay, pass auf. Wir prügeln sie jetzt erstmal nie. Was mache ich denn hier? Wickelt mich in ihre Haut. Wickelt mich in ihre Haut, ist mir egal. Denn was kommt denn immer da mehr? Ich glaube, ich muss ihn prügeln. Weil die Welle... Genau, die Welle nimmt kein Ende. Ich glaube, ich muss ihn immer anschließen. Hör auf mit deiner Scheiße. Hat er gerade gesagt, Hydra wird siegreich sein? Wo ist er denn? Okay, pass mal auf. Was ist denn, wenn ich einen Sensen-Dos mache? Ohne Logik-Bombe an die Randmache. Logik-Bomben rocken. In der Zeit kann ich mich nicht mehr schwimmen, wie leben wir da ran klüppeln. Danke, danke. Chaos will voll aus. Ich glaube, ich darf halt wie gerade gesagt, oder? So. Ich versuche meine Zeit zu... Und... Kleinkräuter! Auch hier danke für den Follow. Jetzt hör auf mich zur Hormage! Okay, pass mal auf. Jetzt reicht's aber. So. Jetzt habe ich wieder genug. DOS! Wo steht du Arsch? Wo stehst du Arsch? Was hast du jetzt mit dir machen? Noch eine Logik. Oh, falscher. Oh, falscher Arsch! Nein! Reicht trotzdem, oder? Ja, brav. Was? Ihr habt doch Y gedrückt. Okay, aber ich... Oh, ich mache irgendwas richtig. Und die... Und die... Jupp. Genau das, was ich brauche. Ich seh dich. Komm, wir haben gleich... Wir haben gleich... Ja, knapp, geh weg. So, jetzt gibt's nämlich nochmal ein DOS. So, meine Freunde. Die Logikbombe... Die geht jetzt auch raus. Oh, ich bin ganz schön. Ah! das wird aus johnny befall die zerstörung der laboratorien alles wird in die luft fliegen alles kaputt alles kaputt ohne scheiße hat wirklich ein hydra gesagt ich muss raus hier okay ich könnte in den sark hinein steigen ich könnte aber auch die panelstruktur einfach mal aufmachen und vielleicht fliehen was zum heilen ist erstmal gut ist es selbst zerstörung was was soll schon schlimmes passieren also eine selbst zerstörung alles richtig gemacht und die folge ist auch noch vorbei ich würde sagen bevor ich jetzt in diesem sark springe wenn ich die folge und wir gehen in die nächste folge macht gut bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal